Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Oreganoöl, das aus den Blättern und Blüten der Oregano-Pflanze gewonnen wird, ist bekannt für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile. Diese ätherische Ölsorte enthält eine Fülle von Wirkstoffen, die für ihre therapeutischen Eigenschaften geschätzt werden. Zu den Hauptbestandteilen gehören Carvacrol, Thymol, Rosmarinsäure und Terpin-4-Ol. Carvacrol ist einer der wichtigsten Wirkstoffe im Oreganoöl und besitzt starke antimikrobielle Eigenschaften. Es kann helfen, verschiedene Arten von Bakterien, Viren und Pilzen zu bekämpfen. Thymol ist ein weiterer Bestandteil, der antiseptische und antimikotische Eigenschaften aufweist. Rosmarinsäure wirkt entzündungshemmend und antioxidativ, während Terpin-4-Ol antiseptische und immunmodulierende Eigenschaften besitzt. Aufgrund dieser vielfältigen Wirkstoffe kann Oreganoöl bei einer Vielzahl von Erkrankungen und Beschwerden helfen. Es wird oft zur Stärkung des Immunsystems, zur Bekämpfung von Infektionen wie Erkältungen und Grippe, zur Linderung von Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und Verdauungsstörungen sowie zur Unterstützung der Atemwege bei Asthma und Bronchitis eingesetzt. Darüber hinaus kann Oreganoöl auch äußerlich angewendet werden, um Hautprobleme wie Akne, Pilzinfektionen und Warzen zu behandeln. Candida ist ein Hefepilz, der natürlicherweise im Körper vorkommt. Wenn jedoch das Gleichgewicht der Mikroorganismen im Darm gestört ist, kann Candida überwuchern und zu einer Candida-Überwucherung führen, die zu Symptomen wie Müdigkeit, Verdauungsstörungen und Hautproblemen führen kann. Oreganoöl kann aufgrund seiner starken antimikotischen Eigenschaften dazu beitragen, das Wachstum von Candida im Darm zu hemmen und das Gleichgewicht der Darmflora wiederherzustellen. Darminfektionen, die durch pathogene Bakterien und Pilze verursacht werden, können zu einer Vielzahl von Beschwerden wie Bauchschmerzen, Durchfall und Übelkeit führen. Die antimikrobiellen Eigenschaften von Oreganoöl ermöglichen es, diese schädlichen Erreger zu bekämpfen und die Gesundheit des Darms zu unterstützen. Durch die Einnahme von Oreganoöl in geeigneter Dosierung kann die Darmgesundheit gefördert und das Risiko von Infektionen reduziert werden. Pilzbefall, ob auf der Haut, im Darm oder in anderen Körperregionen, kann durch Oreganoöl effektiv bekämpft werden. Die antifungalen Eigenschaften von Oreganoöl können dazu beitragen, Pilzinfektionen wie Fußpilz-, Nagelbettinfektionen oder Hefepilzinfektionen zu lindern. Sowohl durch die äußerliche Anwendung auf betroffene Hautstellen als auch durch die Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel kann Oreganoöl dazu beitragen, das Wachstum von Pilzen zu hemmen und die Infektion zu bekämpfen. Insgesamt zeigt sich, dass es aufgrund seiner antimikotischen, antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften eine wertvolle Unterstützung bei der Behandlung von Candida-Überwucherungen, Darming-Aktionen und Pilzbefall darstellen kann. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften machen es auch zu einer nützlichen Option zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei Arthritis und anderen entzündlichen Erkrankungen. Vor der Anwendung von Oreganoöl ist es ratsam, einen Arzt oder einen Fachmann für Naturheilkunde zu konsultieren, insbesondere wenn sie schwanger sind oder stillen. Insgesamt ist Oreganoöl ein beeindruckendes Naturheilmittel mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. Durch seine antimikrobiellen, entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften kann es eine wertvolle Ergänzung für ihre Gesundheit darstellen und ihnen helfen, ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise zu verbessern. Wir hoffen, dass wir ihnen helfen konnten, mehr über Oreganoöl und dessen Wirkweise zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!